Ja, heute Morgen hatten wir eine Maschinenbesichtigung des Maschinenrin Erzigen. Wir beabsichtigen da eine Walze zu kaufen und haben hier eine tschechische Maschine bei VLGNR aus dem Hof besichtigt. Jetzt wollen wir mal schauen, wie geht da das Aufklappen und Einklappen. Das ist ein nächstes Mal, weil wir noch für eine Luft haben. Das ist ein Zeitpunkt, wo wir noch nicht kommen. Ja, das ist ein sehr guter Hebel. Gut, da fliebst du eben nur so gut, als du sie zusammenklappst. Ja, aber eben, das ist ein extremer Hebel aus den Armen. Ja, das ist aber auch nicht gut. Ja, und dann gab es noch einen Kaffee vom Bauer Bernhard. Vielen Dank und die Bäuerin hat uns noch einen Kuchen gebacken. Vielen Dank. Vielen Dank.